diese sitze sind so brutal geil wir fahren ein a4 junge wie groß die motorhaube auch ist meine hand im vergleich hier piept irgendwas wir sind aber jetzt auf der autobahn auch wie du hier drin sitzt du wirst wirklich von dem sitz gehalten ihr seht schon das auto kann top speed mäßig gar nichts aber wie kann man den innenraum feiern excuse me stell dir vor du fährst einen audi und machst die motorhaube auf siehst das und wirst verarscht von dem hier vw ag jungs der innenraum von dem teil ist geil wir setzen fest da rein ich setze mich rein die sitze sind schon hart muss ich ehrlich sagen aber nicht unangenehm hart nicht bis jetzt ich bin vielleicht drei vier kilometer mit dem fahrzeug gefahren so nur mal so als protokollierung eben das fahrzeug gehört meiner schwester die hat es neu gekauft und die meinte du kannst gerne überführen zu mir nach hause waren privat kauft die hat es nicht geliefert oder das fahrzeug komplett bar gekauft und die meinte du kannst gerne überführen kannst auch gerne damit schnell fahren den testen wie du willst habe ich gesagt okay why not so vergiss nicht wir leben in deutschland audi a4 avant ein auto was ich mir niemals kaufen würde das fahrzeuggefühl in dieser karre ist so unangenehm die audi a4 fahrer werden mich jetzt hassen dafür aber das auto sieht von innen schön aus ich hatte schon sehr viele audi a4 modelle wo ich mir gedacht habe wie kann man geschmackssache okay aber wie kann man den innenraum feiern es gibt wirklich modelle wo ich mir denke du hättest so ein schöneres auto kaufen können mit dem geld aber wenn ich mir den hier vom innenraum anschaue sage ich wie es ist sehr schön wirklich sehr schön dachhimmel ist schwarz so wie es sein muss lenkrad ist sehr schön dann hier alles schön mit klavierlack lackiert sage ich mal auch hier wie das hier mit leder überzogen wurde das sieht alles schön aus wenn du von einem bmw hier reinsteigst muss das war sich finden aber du findest dich du findest du die bedienung ist geil bei dem auto keine frage wir sind aber jetzt auf der autobahn heißt wir fahren 50 und du vorgas ich bin gespannt was das kann 70 80 90 100 110 120 130 da kommt gar nichts 140 150 ich weiß nicht welche motor drin verbaut ist aber ich weiß auf jeden fall dass hier ein kleiner motor verbaut ist weil wir haben gerade gefühlt eine ewigkeit auf 140 gebraucht fahrgefühl in dem auto mir ist es total wichtig mir ist eigentlich egal wie das fahrzeug nicht egal aber relativ egal wie das auto im innenraum aussieht mir ist es wichtiger wie das fahrgefühl ist und bei dem auto ist das fahrgefühl es ist nur komfortabel du hast wirklich komfort in dem fahrzeug aber ich persönlich möchte er dass das fahrzeug sportlich fährt wirklich du solltest ein härteres fahrwerk haben das auto so schön straff sein wenn ich das mit dem bmw gemacht hätte wäre es wirklich komplett anders egal ob winter oder sommerreifen egal weil das auto hat einfach wirklich vom werk aus straffer ist es sieht er auf der straße wenn du mit dem fahrzeug nach links oder rechts fährst schwankt das nicht so brutal bei dem auto das gefühl dass du wirklich auf der wolke fährst für leute die nur komfortabel fahren wollen okay gönnt euch das aber du hast halt nur sportlichkeit in dem fahrzeug die leute die sagen du hast sportlichkeit in dem auto drin nein hast du nicht hast du nicht wenn du in den bmw saßt oder öfter bmw gefahren bist das fahrzeug ist viel sportlicher die sitze sind das sind sitze die ich wirklich brutal geil finde aktuell die geilsten sitze auf dem markt sind die vom m4 finde ich also sie vom aktuellen m4 competition du kannst halt auch die schadensitze bestellen und die sieht einfach brutal geil aus also da geht wirklich nichts drüber aber die finde ich auch schön um ehrlich zu sein weil du hast halt die schöne alcantara alcantara mit rotem stitching du hast hier leder schön du hast hier oben dein s-line logo also auch wie du hier drin sitzt du wirst wirklich von dem sitz gehalten die sitze sind 1a wenn du hier einsteigst in das fahrzeug sind die sitze grundsätzlich härter als die anderen sitze die du in dem fahrzeug verbaut hast also die normalen modelle also du wirst direkt kurz erschlagen von dem sitz wenn du schnell reinsetzt von den stellen hier wahrscheinlich weil die auch schon härter sind aber wenn du drin sitzt pack dich der sitzeimer also du wirst dich einmal umarmt wir schalten mal runter ok wir brauchen es gar nicht probieren wir brauchen es gar nicht probieren wir haben ja auch kein fahrerlebnis schalter eigentlich haben wir das bei audi hier soweit ich weiß aber du hast jetzt nur irgendwie start stopp aus traktionskontrolle aus park irgendwas und du kannst hier bildschirm ausmachen wir machen eine kleine besteuerung und da wird eh nichts bei rum kommen wir fahren 140 es geht langsam voran da kann ich nichts für 150 ja ich gebe vollgas ich gebe vollgas 160 ja nicht mal 170 gar nicht auf 170 aber ihr seht schon das auto kann top speed mäßig gar nichts dann ein sehr wichtiger punkt bei einem autokauf also das gefühlt der wichtigste punkt wenn du ein auto kauf für mich also aktuell wenn du ein aktuelles auto kaufst ist die soundanlage wir gehen erstmal die tempomaten wieder einstellen um verkehrskomfort zu fahren wir gehen einmal auf spotify apple carplay ist so geil also apple carplay ist wirklich brutal geil fazit zu der soundanlage beziehungsweise zu der musikanlage wir haben ja hier kann ich euch eben zeigen eine bangen olusten anlage verbaut und die ist gut die ist gut die ist nicht krass aber die ist ich weiß nicht wie viel ein aufpreis kostet aber das war's mit dem video ich hoffe ich konnte euch etwas über den audi a4 mitteilen ich hoffe ihr hattet spaß bei dem video ich weiß auf jeden fall immer noch dass es nichts für mich ist bleibt auch wahrscheinlich so sonst wünsche ich euch einen angenehmen morgen angenehmen mittag angenehme nacht je nachdem wann ihr das video schaut vergesst nicht zu liken zu abonnieren zu teilen zu kommentieren zu